Hello guys! Hey Leute, willkommen zu einer Runde Kurs-G, beziehungsweise zu drei Runden. Und zwar machen wir heute wieder so ein Kill-Duell, diesmal mit Blizzy. Hello guys! Ja, auf jeden Fall spielen wir drei Runden Kurs-G und pro Kill gibt's einen Punkt und pro Runden Sieg zwei Punkte. Ja, let's go! Alles klar. Okay Leute, so wie in der ersten Runde. Ja, Leute, ich muss die ganze Zeit lachen und kann mich gar nicht so auf Minecraft konzentrieren. Und, 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 und! Ja, es ist ein Kill-Ja, wow. Und, das wäre, wäre, bitte töte mich nicht. Oh, oh mein Gott, Kombo! Zweite Kill. Wow. Nein, 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 ich werde abgestopft. Nein, 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 spür dich auf! Ich seh dich! Nein! Okay, ich halte jetzt auch einen Kill. Ich sterbe. Oh mein Gott, ne. Die ist direkt, der ist direkt hinter... Oh mein Gott, ich hab den! Okay. Hey, leucht... Ey, ich kann nichts machen, außer wegrennen, ne? Ja, ist ja gut für mich, ne? Nein, geh weg! Ich, du weißt, ich darf dich auch töten, ne? Das war's ja komplett. Weil er hat ja richtig, richtiges Scheißzeug hier. Okay, ich kassier gerade. Oh mein Gott, der hat mir One-Hit abgestaubt. Der hat sowas von gehackt. Niemand kann mich besiegen. Junge, ich hasse cooles Geh. Wie viele Kills hattest du? Zwei? Mhm. Oh, wow, ich auch. Junge. Woher kommen die alle? Ich wollte gerade so sagen, vielleicht solltest du mal vor dir gucken. Ja. Aber ich glaube, ich hab's dann lieber gelassen. Ja, gleich wird der E abgesteuert. Ich brauch eh nicht kämpfen. Ne. Na, wo ist dann? Ich glaube, er hat dasselbe vor. Ach, Mann. Ich krieg's den, komm. Nein. Viereinhalbherzen hast du? Boah, ich bin gar zu kacke, Mann. Hä? Ich dachte, der wär gut. Junge. Ich dachte, jetzt weil du da bist, kann ich nur verkacken, aber irgendwie. Ey, das ist so unfair. Komm. Warum rennt der weg, wenn er nicht mal low ist? Hä? Wow. Halt's ob, Mann. 2 Kills vorne. Oh, Mann. Komm, ich muss noch gewinnen. Ja, moin, das war's. Ach, du scheiße. Hä? Äh, die Runde. Äh, ich hoffe mal, es geht Platz 1. Okay, gut. Alles klar. Okay, Leute, zweite Runde. Ich stehe jetzt 4 zu 2. Oh, nein, geh weg. Hallo, ich töte dich mal nicht für das Gameplay. Danke. Wie von dir? Irgendwie warst ein Dulli. Ich hab ein Kill. Das ist der Kill. Ja, okay. Ich sehe schon so die ganzen Kommentare von den ganzen Timoya-Spielern. So, oh mein Gott. Oh Gott, Sarah und Bliszy. Also, nein, nein, nein. Da sind zwei. Oh mein Gott, hier ist ein B-Hop-Hacker. What the fuck? Äh, okay. Das war unlucky. Warum haben wir die alle so Dulli? Oh mein Gott. Wer hackt von denen? Äh, Luhm... Ranne. Ja, er war 999er Ping-BTF. Er hat irgendwie so einen Behinderten-Speed. Der kommt jetzt zu dir. Nice. Typ, der da gerade steht, ne? Mhm. Hä? Loll. Ja, okay. Der tut noch 4 Herzen. Wow. Alles klar. Okay, Leute, letzte Runde. Don't fair. Nein, ich hab kein Schwert. Okay, ich hab einen Kill. Ich hab eine scheiß Holzsack. Hauptsache, ich hab vorhin die ganze Zeit versucht, Kurski auch zu nehmen. Ich hab richtig reingeschissen. Nein, bitte nicht. Wenn's um sowas geht, ne? Dann kann man wieder spielen. War hier nicht irgendwo einer? Oh mein Gott, ich bin so tot. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hab verloren. Ich bin tot. Hörte dich zu einer vierten Runde auf. Los. Ja, okay, wir machen noch eine vierte. Alles klar. So, Leute, wir machen jetzt noch eine vierte Ehrenrunde. Ah ja, ich hab gerade übrigens einen Kill gemacht. Hast du auch einen Kill gemacht, oder nicht? Als ob. Nein, hab ich nicht. Ja, ich hab richtig assi jemanden am Anfang getötet, weil wir an dieselbe Kiste gegangen sind, wenn ich die Waffe bekommen hab. Ob du jetzt echt gewinnst. Da, bitte ein AFK-Typ. Ich hab... Oh mein Gott, bei mir ist ein Alex. Ein Kill. Ich hab auch einen Kill. Oh mein Gott, nein, der Hacker ist wieder da. Jetzt echt? Als ob. Ich raste aus. Warum ist er direkt bei mir? Ja, ich bin tot. Okay, das ist jetzt belastend für mich. Hier ist ein Hacker in der Runde und ich kann, glaub ich, gar nicht mehr so viel Kiste bekommen. Geiler Stuff. Egal, ich geh all in. Ja, der... Hä? Wow. Okay. Wow. Wenn ich jetzt deswegen verliere, weil ich so nett war und noch eine Ehrenrunde gemacht hab, ne? Oh mein Gott, ich hasse... Ich hasse Rod Reapia. Oha. Bitte. Lass mich... Hallo? Ich hab gesagt, ich verzweifelt. Hallo? Bin nicht gut noch? Wenn er das sagt, wenn er das sagt, wenn er das sagt, dann cheatet er entweder oder ist gut. Okay, er ist, glaub ich, echt nicht... Oh mein Gott, er ist echt nicht gut. Oh mein Gott, danke. Nein. Es tut mir so leid, Mann. Ich bin so unverdüblich. Oh. Ich hasse mein Leben. Junge, Ehre, Ehre. Alles klar. Oh, ich bin noch einen Punkt vor dir. Nein. Ja. Oh mein Gott. Ja. Okay, Leute, das war's mit dem Video. Schaut auf jeden Fall bei Blizzy vorbei. Ich will aktiven Minecraft-Content. Bis zum nächsten Mal. Haut herein. Und ciao. Lass einen Like da. Tschüss. Tschüss. Musik. . Untertitelung. BR 2018